Viele Anfragen sind gekommen für Bildgrößen. Wie stelle ich das Foto aus der Digitalkamera so ein, dass es näher ein 10x15, 10x18, 18x15 oder irgend sowas wird. Das ist relativ leicht in Photoshop. Man nimmt das Freistellungswerkzeug. Dann hat man hier oben uneingeschränkt. Da gibt es jetzt verschiedene Vorgaben. Das ist dieses 1 zu 1. Die Breite und die Länge sind identisch. Aber ich kann auch hier auf uneingeschränkt gehen und gebe hier selber 15 cm. Und da geben wir mal 18 cm. Bestätigen das. Und jetzt sehe ich. Alt. Und jetzt kann ich mir die 10, wie ich möchte. Er bleibt so immer in dem Format, wie ich eingegeben habe. Ich kann es schön ausrichten. Wenn ich es haben will, kann ich entweder über die Taste bestätigen. Oder ich drücke einfach die Eingabetaste. Und jetzt ist das Bild 18x15 cm groß. Wenn ich jetzt hier über Bildgröße, dann sieht man es auch. Daran kann man das immer nochmal kontrollieren, ob es wirklich so ist. Das war es schon. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Bis dann.